Musik Je näher die Weihnacht, desto grösser und schöner werden die Wünsche, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dank dem grossen Spielwarenangebot von GOP werden die Wünsche aber nicht nur wahr, sondern auch erschwinglich. Wie jedes Jahr haben unsere Einkäufer grosse Ansprüche an die Qualität des Spielzugs gestellt und neben den neuen Ideen und der neuesten Technik auch die Sicherheit der Spielsachen hoch bewertet. Neben den beliebten Klassikern stehen dieses Jahr die elektronischen Spielsachen ganz zoberst auf den Wunschzettel. Ruf den Bahnhofsvorsteher an! Wünsche, Wünsche, Wünsche. Bei GOP wäre es wahr. Gewünscht und geschenkt werden auch dieses Jahr bevorzugte Ski- und Wintersportartikel. Besonders beliebt sind wieder die preisgünstigen Skisets der bekanntesten Marke. Rossignol, Atomic, Hed, Völkel und Elan. Bei der Herstellung der Ski-Beläge fallen Abfälle an. Abschnitt von wertvollem Kunststoff. Wir bei GOP finden, dass es schade ist, das Material einfach zu vernichten und haben eine Wiederverwertung angekriegt. Beim Ski-Hersteller Fischer hat man das gemacht und da ist das Resultat. Das Fischer Spirit Crown Langlauf-Ski-Set mit Bindungs-Salomon-Automatik montiert und Belag aus rezykliertem Material. Wir offerieren es Ihnen komplett für 179 Franken. Weil dieser Belag aus verschiedenen Materialien aufbereitet ist, ist er, wie Sie gesehen haben, gesprenkelt. Auf die Fahreigenschaften hat das aber keinen Einfluss. Ein ideales Geschenk also für alle, die sich neben dem Ski-Fahren auch noch über einen möglichst sparsamen Einsatz von Rohstoffen freuen möchten. Im ersten Teil vom GOP-Studio habe ich Ihnen die neuesten Spielsachen vorgestellt. Mein Vorschlag, nehmen Sie dafür die besten Batterien. Energizer präsentiert. Wow, die ganze Zeit rast er an uns vorbei. Der hat die neuen Energizer. Ist das alles? Das Radarzt-Megel flüstert, Energizer, vielleicht die beste Batterie der Welt. Energizer, die müssen wir auch haben. Den Kindern wird es gefallen, wenn wir nicht noch rumstehen. Und ich fahre zur Rallye Monte Carlo. Dann fang mal gleich mit dem Training an. Die neue Energizer, die hält und hält und hält. Wenn Sie zum Morgen am liebsten eine besonders fruchtige Konfi schätzen, so wie Sie sie noch von früher her in Erinnerung haben, dann schauen Sie sich den nächsten Spot an. Sauer oder mild, bekannt oder bodenständig, Sauerkraut, der Klassiker der gesunden Küche, lässt sich nach ihrem ganz persönlichen Geschmack zubereiten. Was da gerade geerntet und geladen wird, ist der sogenannte Einschneide-Kabis, den man für die Sauerkrautherstellung braucht. Schon vor Jahrhunderten hat man Sauerkraut als gesundes und wohlschmückendes Nahrungsmittel geschätzt. Auch bei der Firma Masshart, einem Spezialist für Sauerkraut, ist die Herstellung im Laufe der Zeit moderner geworden. Haltbar gemacht wird das Kraut aber auch heute noch, durch die natürliche Milchsäuregärung, die sofort nach dem Einschneiden, Salzen und Würzen einsetzt. Bei Coop können Sie das Naturprodukt der Firma Masshart, das voll im Trend von einer gesunden und linienbewussten Küche liegt, das ganze Jahr durchkaufen. Und damit Sie sich ein Bild machen können über die vielseitigen Zubereitungsmöglichkeiten, empfehle ich Ihnen die Broschüre, viele lustige Rezepte, die Sie bei der Firma Masshart AG in Hinweil gratis beziehen können. Ein Kilo Sunray-Erdnüsse kostet bei Coop nur 3,20 Euro. 500 Gramm Sunray-Baumnüsse kommen Sie über für nur 2,80 Euro. Und ein Beutel Schoky-Christbaumschmuck von Arni für nur 8,80 Euro. Gehacktes Rindfleisch kostet per Kilo nur 10,50 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen verschiedene Gameboy-Spiele für je 49 Franken. Und wenn Sie gut, aber für weniger als 10 Franken zu Mittag essen wollen, gehen Sie doch mal ins Coop-Restaurant. Ein Schweinscordon Bleu mit Pommes frites und Vichy-Karoten kostet dort nämlich nur 9,90 Euro. Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. Am nächsten Mittwoch informieren wir Sie nochmal ausführlich über das Natura-Beef von Coop, das Fleisch, das von Tieren kommt, das artgerecht aufgezogen worden sind. Auf Wiedersehen!